Einen schönen guten Nachmittag für euch, für euch alle kurz vor dem Abflug wieder nach Senftenberg gibt es hier aus den heimischen Gefilden vom Elphang einen kleinen Beitrag auch zum Thema Heimat. Ich bin ja gerade hier, der Heimat und fahre dann wieder an die andere Heimat und zwar vom Nobelpreisträger von 1999, Günter Grass, der 2015 88-jährig starb und in einem seiner letzten Bücher hat er diesen Beitrag über das Thema Heimat geschrieben und überschrieben mit Heim W. Er hat die grafischen Bilder auch selber gestaltet in diesem Buch, denn er ist ja gelernter Bildhauer und hat sich dann der Schriftstellerei zugewandt und eben auch Gedichte geschrieben, gut für mich. Heim W. Von Günter Grass. Nicht vom Affen, stammen wir ab, sind außerirdischer Herkunft und fremd hier, weil sich vor Millionen und mehr Jahren ein überfolgerter Planet entlasten musste. Alte wollten nicht sterben, Nachwuchs begann zu wuchern und so geschah es, dass Flugkörper, den legendären UFOs ähnlich, eine weithin grün überwucherte Region anflogen, die wir später, viel später Afrika nannten. Tierreich schien sie undurchdringlich zu sein. Kaum gelandet, luden sie ihre Fracht ab. Überschüssige beiderlei Geschlechts, zudem Sträflinge, auch Gruppen halbwüchsiger, fast Kinder noch, allesamt uns mehr als ähnlich. Anfangs machten sie einen zivilisierten Eindruck. Sogar die Sträflinge hielten Ordnung, rasierten, kämmten sich. Entsprechend war ihr Zubehör, das in Frachtkisten lagerte Konservennahrung, Mineralwasser, Zahnbürsten, Toilettenpapier, Schminkkoffer, batteriebetriebene Fahrzeuge und allerlei technischer Krimskrams, ihr in Chips gespeichertes Wissen. Aber auch treffsichere Waffen gehörten zur Ausrüstung. Nach kurzer Zeit schon setzte ihnen das Klima zu. Ihre Vorräte gingen aus, Medikamente wirkten todbringend, Geräte verrotteten. Ihr Wissen machte nicht satt. Und da der heimische Planet keinen Nachschub schickte, verringerte Hunger ihren Bestand. So kam es, dass ausgesetzt in fremdliche Fremde nur wenige überlebten. Wer übrig blieb, passte sich an, notgedrungen verwilderte. Keiner rasierte sich mehr, niemand wollte die Zähne putzen. Zottelhaarig vergaßen sie ihr Herkommen, den namenlosen Planeten, allenfalls erinnerten Legenden an ihn. Danach verging Zeit, die nicht gemessen wurde. Da unsere restlichen Vorfahren sich dennoch mehrten, teilten sie sich in Horden. Aufwanderten aus, waren Jäger und Sammler. Sie bekämpften einander mit Faustkeilen, Keulen und später, viel später, mit zugespitztem Metall. Diese Geschichte kennen wir, sie reicht bis heutzutage. Nur wenn wir Ausschau halten nach Lichtjahre entfernten Planeten, dürfen wir inmitten flimmernder Vielzahl einen vermuten, der uns einst Heimat gewesen ist. Angestiftet vom Fernweh schicken wir Raumschiffe ins All auf Suche, kostspielig auf Suche. Ach, wären wir doch zu Hause geblieben, dann müssten wir nicht an Darwin und dessen Affenmärchen glauben, an dieses Unausrottbare. Es war einmal Püntchen, Püntchen, Püntchen. Sensationell. Ich finde es, also, also auf alle Fälle eine Möglichkeit. Ähnlich dem Planet der Affen. Also ähnlich diesem Film, diesem tollen Film mit Charlton Heston. Ja, vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch einen weiterhin schönen Nachmittag, einen schönen Restfreitag. Und vielleicht bis morgen, wenn ihr wollt. Wenn ich will, natürlich.